Wer und Willkommen, mein Name ist Pippi Lotta, Viktor Aja, Rollgardiner, Pfefferminz, Efrains Tochter Langstrumpf und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von Lotte kocht sich um die Welt. Wie in der letzten Woche versprochen, koche ich heute etwas Leckeres aus der schwedischen Küche. Und zwar Elchsuppe mit Vaserkneckebrot und Letta. Nein, Spaß beiseite. Als Hauptspeise gibt es Spaghetti mit Kötbola und zum Nachtisch Ananaspudding. Das Ganze kostet gerade einmal 140 schwedische Kronen. Umgerechnet sind es ca. 15 Euro. Da das Ganze für vier Personen ist, habe ich einen tierischen Gast dabei. Herr Nilsson. Als erstes beginnen wir mit der Nachspeise, dem Ananaspudding, welchen ich in dem Astrid Lindgren Kochbuch gefunden habe. Hierfür benötigen wir eine Dose Ananas, eine Vanilleschote, ein Ei, 100 Gramm Puderzucker, 50 Gramm Stärke, ca. 400 Milliliter Milch und 100 Milliliter Schlagsahne. Außerdem zu Dekorationszwecken eine Ananas, Cocktailkirschen und Schokostäbchen. Als erstes lassen wir Herr Nilsson die Dose öffnen, während ich mich schon mal um die Milch kümmere. Ja, okay, ich mache das dann doch selber, ne? Es ist am besten, wenn wir den Ananassaft durch ein Sieb direkt in den Messbecher gießen. Schön abtropfen lassen. Natürlich sollten wir immer auf frische Produkte zurückgreifen, aber da wir für dieses Rezept den Saft aus der Dose brauchen, greifen wir auf eine Konserve zurück. Nun gießen wir den Ananassaft mit Milch zu einem halben Liter auf. Anschließend entnehmen wir etwas von dem Mix und verrühren es mit Stärkemehl. Nun kratzen wir das Mark aus der Vanilleschote, um dieses mit der restlichen Ananasmilch zu erwärmen. Wo ist denn überhaupt der Nilsson? Sobald die Milch anfängt zu steigen, geben wir den Stärke-Mix hinzu. Herr Nilsson, sprühen wir bitte weiter. Bei schwacher Temperatur lassen wir unter ständigem Röhren alles eindicken. Jetzt vermischen wir das Eigelb mit dem Zucker, welches ich schon mal vorbereitet habe. Danach geben wir den Inhalt auch in den Topf und mischen alles einmal gut durch, bevor wir den fast fertigen Pudding in eine Schale füllen, die wir dann kalt stellen. Um die Dekoration kümmern wir uns später. Jetzt finden wir uns erstmal den Hauptgang, den Spaghetti mit Köttbullar. Dafür benötigen wir 500 Gramm Spaghetti, drei Esslöffel hellen Soßen, Binder 250 Milliliter Gemüsebrühe, eine Zwiebel, ein Bund Schnittlauch, 125 Gramm Preiselbeeren, 4 Esslöffel Milch, 200 Gramm Kochsahne, 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, 4 Esslöffel Paniermehl, ein Ei, 3 Esslöffel Öl und nach Belieben Salz und Pfeffer. Zuerst kommen wir zu dem unangenehmen Teil der Zubereitung, dem Zwiebelschneiden. Dafür schälen wir die Zwiebeln und schneiden sie in feine Würfel. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen unangenehm. In eine Schale geben wir Hack, Ei, Paniermehl, Milch, die Hälfte der Zwiebeln und eine Prise Salz. Verkneten das Ganze und formen daraus kleine Bällchen. Als nächstes lassen wir etwas Öl in der Pfanne erhitzen und setzen währenddessen schon mal Nudelwasser auf. Sobald das Öl erwärmt ist, geben wir die Hackbällchen in die Pfanne und braten diese unter ständigen Wänden braun an. Dies dauert etwa 10 Minuten. Während wir die Spaghetti in das kochende Wasser legen, passt Herr Nilsson auf die Kettboula auf, ohne sie zu essen. Sobald die Kettboula gut angebraten sind, schneiden wir am besten ein Bällchen auf, um zu gucken, ob sie auch von innen gut durch sind. Nun widmen wir uns der Sauce. Hierfür dünsten wir die restlichen Zwiebelwürfel im Bratfett der Fleischklößchen an. Und mit der Gemüsebrühe und Kochsahne löschen wir die Zwiebeln ab und lassen sie aufkochen. Den Soßenbinder rühren wir mit ein. Nochmals lassen wir es kurz aufkochen und schmecken es mit Salz und Pfeffer ab. Nun trennen wir etwas Schnittloch ab, aber das Waschen nicht vergessen. Jetzt schneiden wir ihn in feine Ringe. Eine kleine Menge legen wir uns fürs Anrichten beiseite und rühren den Rest unter die Soße. Bevor wir den Hauptgang anrichten, kümmern wir uns erstmal um die Sahne für den Pudding. Henny, es dann mit Essen spielt man nicht. Wir geben die Sahne in eine Schüssel, Fügen einen Esslöffel Puderzucker hinzu. Anschließend heben wir die Sahne unter den Pudding und geben die Ananasstücke bei. Nun widmen wir uns zur Dekoration. Dafür schneiden wir die Ananas oben und unten ab, zerteilen sie längs, entfernen den Strunk und schneiden sie in Scheiben. Nachdem wir das Dessert in kleine Schalen gefüllt haben, dekorieren wir das Ganze mit Ananasscheiben, Cocktailkirschen und Schokostäbchen. Zu guter Letzt richten wir den Hauptgang an. Und da das Auge ja wie immer mit ist, soll das Ganze natürlich ansehnlich sein. Na, das Ganze ist doch gut gelungen. Jetzt habe ich schon richtig Hunger. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich oder schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr das Rezept nachgekocht habt, dann schickt mir ein Foto auf Facebook, Twitter oder Instagram unter dem Hashtag Lotte kocht. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Rumänienblut Dracula kocht. Hey du und bis dann, eure Lotte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr komm Ont Um, um, um.